So, okay, jetzt haben wir hier die, äh, Straßenanbindung auch am Rathaus, sieht eigentlich von hier geil aus, hier, guck mal, kannst du so schön hier, äh, ins Rathaus rein, oh, ziehen wir das mal hoch, okay, dann haben wir jetzt hier die Straßenanbindung, und der Stadt, den Ressourcen. Ja, gleich, ich muss hier erstmal die Straße anbinden, ja. Oh, nein. So, einmal hier rum, und dann kommen wir ja hier einmal so rum, dann ist das jetzt hier so der Mittelpunkt ungefähr. Und das hier führt dann ja hier hin. So. So, und jetzt müssen wir noch Ressourchen, Stadtverbindungen, städtische Einrichtungen, Grundversorgungseinrichtungen, städtische Einrichtungen, Rathaus, okay, haben wir, Grundversorgungseinrichtungen. Einrichtungen, was ist das denn, zentrale Versorgungshilfe, oder, was ist das, ich kann es gerade nicht lesen, Technik-Service steht auf jeden Fall. Den müsste ich, ich will, dass das mit dem Fahrtaus bauen, nee, das baue ich mal. Also, ich würde gerne ein Stadtgebiet, ein Industriegebiet, und ein Wohngebiet machen. Das baue ich einfach mal hier hin. Und dann muss ich da natürlich noch Straße, eine Straße drin bauen. So. Passt das, nein, das nicht. Das passt, das passt auch nicht. Okay, dann war das andere da richtig. Nein. Ja. Nein. Ja, doch, komm. Ich muss ja eine Straße drin bauen, ich habe gerade gedacht, dass die irgendwie komisch aussieht, auch. Aber, ähm, okay. Aber okay. Was? Nicht genügend Platz für diese Straße? Hä, ich will das ja verbinden. Du, Horst. Ja, jetzt geht's. Verbinden. Okay. Okay. Ähm. Bauen sie Wohnhäuser. Ja, okay, also jetzt muss ich Wohnhäuser bauen. Damit wir mal ein bisschen Bevölkerung hier reinbekommen. Hier, Wohnraum. Ah, okay, dann ist das jetzt hier das, okay. Ich baue mal solche Wohnräume. So, einmal können wir hier irgendwo rumhintun. Nee, ich will das eigentlich, das passt ja gar nicht. Guck mal. Dann fehlt aber da was. Ah, okay, da kommen Bäume hin. Okay, das geht, das geht natürlich auch. Bäume. Und hier, guck mal, vor Sale, vor Sale. Und wir verkaufen hier je eine Bude nach der anderen und ein Kumpelstück nach dem anderen. Und dann bekommen wir auch so langsam mal Wachstum rein. Hier, 30 Leute wohnen schon bei uns und bloß 27, 35 haben wir jetzt schon. Wir sind zwar noch im Minusgeschäft, aber das ist ja jetzt nicht so viel. Wir müssen ja erstmal anbauen. So, bauen sie. Ach, anbauen. Nee, wir müssen ja erstmal, ähm, ich baue gerade mal hier einen Pfund. Oder nee, mach ich nicht. Wir müssen doch erstmal hier die Bevölkerung reinbringen und dann noch Geschäfte jetzt machen. Äh, Geschäfte, Einzelhandel wahrscheinlich. Und Hotels, Hotels ist natürlich auch gut für, äh, für Tourismus dann nachher und sowas. Einzelhandel, also jetzt können wir hier ein einzelnes Gebäude mach ich mal, äh, hier hin. Und guck jetzt mal, was ist das eigentlich? Geschäft, Grillhaus. Dieses Unternehmen wurde vom, vor kurzem gegründet. Grillhaus. Sehr cool. Steuern, 45 Mitgliedern abgeben, ne, mal. Ding, 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 ding. Klingel, streif, klingel, streif. Nee, ähm. Ach, kacke, jetzt hab ich's gleich gemacht. Wie komm ich wieder hin? Egal, ich kann ja hier mit dem Haus ran so. Okay, jetzt haben wir hier ein. Ein Geschäft. Ein Grill. Geschäft. Oh, guck mal, da sind sogar schon Leute. 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 Eine neue Stufe ist erreicht. Sie haben den, äh, Alter. Sie haben den ersten Einwohner angelockt. Sie haben kleine Büros freigeschaltet. Sie haben qualifizierte Arbeitskräfte, kleine Wohnhäuser freigeschaltet. Sie haben Arbeiter, kleine Wohnhäuser freigeschaltet. Sie haben kleine Geschäfte, kleine Schwerindustrie und noch vieles mehr freigeschaltet. So, und hier ist die Arbeitslosigkeit der ungelernten Arbeitskräfte auf kritischem Niveau. Das bedeutet, wir müssten hier mal, äh, gucken, dass wir hier auch Leute reinbekommen, die dann hier arbeiten, damit wir kein Minus machen. Wir sind immer noch im Minusbereich der Billianz, bekommen aber gerade auch keine Einwohner mehr dazu. Ich würde sagen, ich baue erstmal noch ein paar Wohnblocks. Ein paar Wohnblocks und, ähm, so. Und dann gucken wir mal, dass noch ein paar Einwohner dazukommen. Jetzt haben wir schon plus zwölf Einwohner. Okay, ähm, Bonus-Gebäudesetz. Klein-ungelernte Arbeits... Ah, 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 okay. Okay, hier, klein-ungelernte Arbeitskräfte, dann müssen wir wahrscheinlich hier diese Gebäude irgendwo hinstellen und dann kommen ja die Arbeitskräfte dahin und können dann ja hier, ähm, muss auf dem Wasserplatz hin. Äh, was? Okay, vergesse, was ich gesagt habe. So. Das hieß Dekoration, das, äh, brauchen wir gerade mal nicht. Städtische Einrichtungen, Krankenhaus, haben wir auch gar nicht beigeschaltet, alles. Grundversorgungseinrichtungen haben wir auch noch nicht beigeschaltet. Oder haben wir, nein. Einzelhandel haben wir freigeschaltet. Hotels, haben wir bis jetzt nur das Kleine. Das Große muss noch freigeschaltet werden. Restaurants, ne, Urlaubshotels brauchen wir aber gerade nicht, weil wer will jetzt hier schon Urlaub machen? Ähm, Lebensmittelindustrie, das ist sehr wichtig. Viehhaltung, Obstanbau, Gemüseanbau, Getreideanbau, Landwirtschaftsgebiet, Landwirtschaftsgebiet, Gärtnerei, Getreideanbau. So, ich glaube, wir brauchen einfach von allem mal was, oder? Also, wir, das ist jetzt nicht übertrieben, aber wir brauchen wirklich von allem was, damit wir überall gedeckt sind. Und wir sind schon wieder Minus. Und wir werden auch immer noch Minus sein, mein Freund, mein Freund, mein Freund. So, ich mach einfach mal hier hinten ein, ein, ne, ihr wisst schon, was ich damit meine. So. So. Hö, hallo? Feld zu klein. Was? Schon, Alter, Feld zu klein. Ich kann mich nicht mehr leisten momentan, Alter, ich geh pleite. Schon im ersten Spiel. Nee, ich muss das irgendwo anders dahin machen. Hier kann ich das nicht hinmachen. Und hier ist aber die einzigste Anbaufläche, die einzigste Möglichkeit zum Anbauen. Feld zu klein, Alter, wie groß willst du das Feld denn haben? Was? So groß? Alter, das kannst du noch nicht machen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also. Was wird denn hier angebaut? Was ist denn das? Alter, das ist das. Oh mein Gott. Was ist das denn? Also, was wird denn hier gemacht? Viel zu... Ach, das ist viel Zucht. Viel Zucht. Viel Zucht. Äh, das haben wir gerade, ne? Hier, Obstanbau brauchen wir auch. Machen wir am besten direkt nebenher die Vielzucht. Viel Zucht. Hier so Obstanbau. Gebietszuweisung zu klein. Ich geb dir gleich zu klein. Das ist viel zu groß. Alter. Komm, Alter, das ist das... Wie groß willst du das denn haben? Ich hole niemals durch meine ganze Stadt, Alter. Guck dir das... Naja, okay. Es muss ja sein, ne? Sonst haben wir hier nichts zu essen und nichts zu trinken und gar nichts. Hier, was? Was? Was heißt das hier? Nein. Hier, was heißt das? Nein. Erfolgreich erreicht. Plus 10 Punkte. Sie haben Transportkapazität erreicht. Okay. Wir müssen hier noch eine Straße einbauen, oder? So wie ich das hier sehe. Das hier ist zwar Feldweg, aber das muss ja auch irgendeine Anbindung haben. An die Stadt dann. Äh, Straße, Straße hier. Straße hier. Okay, hier, guck mal. Hier. Eine... Eine Landstraße. Baukost 0? Hm, ich hab da das Kost oder was das? Okay, ähm... Landstraße, dann mach ich mal die Landstraße. Äh... So und so. Dann haben wir hier so eine kleine Landstraße und dann... ...kommt hier halt, ne? Kommt hier so der Traktor entlang mit den Waren und so. Also mit dem Angebauten, mit dem Viehzuchtdingen und so. Was heißt das denn, Bull denn? Keine Ahnung, was das heißt. Was heißt das denn? Die Dienstleistung ist in dem Frühstand. Umweltbeschmutzung haben wir gerade kein... Oh! Ach, das sind, ach, das sind, ach, das sind Autos. Ist das wirklich euer Ernst? Ihr fahrt hier mit den Autos. Okay. Was heißt das, was heißt das denn, das Zeichen hier? Was heißt das? Oder... Hä? Was heißt das Zeichen? Ich weiß nicht, ich will wissen, was das heißt. Ich hab keine Ahnung, wie das heißt. Oder nicht wie das heißt, sondern was das heißt. Äh, hallo, ich kann mich nicht mehr gelohnt haben. Äh, wer heißt das denn? Hm, 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 egal. Äh, wir müssen Schwer... ... die Schwerdingens hier. Äh, die Schwerindustrie müssen wir noch platzieren. Lebensmittelindustrie haben wir, und die Schwerindustrie müssen wir auch noch platzieren. Die machen wir ja auch noch hier hinten dran. Direkt ans Essen, damit wir schön verseucht werden. Guck mal, ist das nicht schön? Alter, nee. Sorry, aber nee. Ich hätte auch gerne diesen Bulldover. Ja, das hier muss alles weg. Genau. Ähm, Schwerindustrie. Muss ich ja in die Stadt machen. Hätte ich aber gerne ein bisschen abgelegen. Kann man ja hier schon so machen, ne? Aber dann muss ich das ein bisschen von der Stadt abgrenzen. Oder... So. Ja, komm, ich glaub, das ist okay. Weil hier... Das ist ne Kläranlage, ne? Kläranlage... Ist das hier... Okay. Büros. Büros brauchen wir auch für unsere Firmen, die wir dann noch bekommen. Wahrscheinlich. Hoppisch mal, wirklich mal. Und die Büros, die kommen direkt hier hin. So, hier kommen die schönen Büros hin. Und auch Arbeitskräfte haben wir dann keinen Wohnraum für qualifizierte Arbeitskräfte. Oh. Sorry, ich war vor ganz kurz. Wir müssen hier dann auch noch machen. Ich hab hier unsere zwei, vierten Arbeiter, die uns das Geld einbringen. Äh, ja. So. Jetzt sieht das Ganze von oben aus. Und wir bekommen schon plus 14 Leute hier rein. Die wohnen dann hier. So. So.